So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Play League of Legends Heute wieder mit Icecoat und Camufel Moin Hallo Oh, Camufel heute mal mit Kasupaya Oder Payah Und der Icecoat mit Trash Du spielst auf AP, Moche jetzt, oder? Ja 6 Spielhybride Der Icecoat will hier Breed spielen, okay Das ist mir ein krasses Gegnerteam hier Hat das glaube ich Breed2Play, oder? Hm, kann sein So oft wie ich die heute schon gesehen habe Doch, ernst, guck dir Äsch an Oh Oh Der Hamz hat noch nicht ausgeschlafen Und dann fahren wir ja auch nicht ausgeschlafen Und dann ist es gut Und dann sind wir ja auch nicht ausgeschlafen Und dann sind wir ja auch nicht ausgeschlafen Selbstgespräche Ist schon so weit So, vielleicht schafft die Elfschritte auch nochmal in diesem Jahrhundert Das muss man auch mal so einen Zusammenschnitt machen wie lange man teilweise in den In der Schlange hier hängt, bis sie endlich alle fertig geladen haben War nur bestimmt jetzt 3-4 Minuten Ja Was ist los, Kater? Meiner schnarcht wieder Schnarcht? Meiner macht dann nachts immer, wenn er pennt, komische Geräusche So... Merkwürdig manchmal Nur die besten Waren Wundervoll Ok Na denn Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert Willkommen in der freundenden Schlot Wofür verbraucht jetzt denn sein Mana? Ne, äh, hier die Träne voll machen Geil! Ne, 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 ne Sehr schön Unterwegs! War das ein geiler als dann? Ja, der war sehr schön Oh, 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 oh. Alles gefährlich. Ja, komm schon. Ah, na, siehste. So lange ist dann, dass du noch von den Vasallen so lange entrocken wurde, dass du draufgehören bist. Haha, das ist gut. Ja, das ist gut. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ich hab noch einen Foto, du wirst nicht mehr... Wofür willst du dich nicht mal heal? Ich hab noch healpott Der Dot, Alter Und was sollte das? Ja, was war das jetzt? Was hat das denn gemacht? Ist einfach drin gespielt Ja Schön Ich hab jetzt Ulti Oh, mach doch schon Damage, die Ulti Schöne Ja Ich liebe es, wenn ich habe. Ich habe gerade total verzogen, habe ich überhaupt jemanden, das ist dann Minions. Ich liebe es, ich liebe es. 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 Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es, ich liebe es. Ich liebe es, ich liebe es. Ich liebe es, ich liebe es. 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 Schönen, schönen Schönen Ich hab doch schon gerammt Oh, ich bin fast down Nutz doch die Laterne, Mensch Wenn du draufklickst, dann wirst du doch telepapiert und so Guck 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 Das war's für heute. Ah, die Runde läuft aber ein bisschen flüssiger hier. Ihr könnt auch ruhig was erzählen. Also ihr müsst hier nicht die ganze Zeit nur still in der Ecke rum sitzen. Da, dieser Tor. Ah, der geht jetzt bauen. Ich bin alleine? Nein. Jetzt aber. Ich müsste aber auch mal langsam einsehen. Das kannst du mir gerne machen. Da hindert dich ja keiner dran. Ich streue genau dazwischen. Ja komm. Komm, 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 komm. Schön gemacht, Ruffel. Da, angefangen. Oh, Kieschwein. Nein. Du bist da. Du bist da. Das ist ein Dich. Du bist da. Du bist da. Du bist da. Du bist da. 1.500 Gold Hat er zu gut gesagt? Genau so, nicht anders so Ja Oh Oh Aua. 2.500 Gold Jut ihr macht Muggel, Jut reagiert Hab auch gleich wieder Ulti Boah hat er das ganze knapp überlebt Ach scheiße ja, hab grad schon gesehen, haben wir auch nicht geklickt Ich kann ja auch so ein bisschen Glück haben Ja Warum hat die jetzt den Kill gekriegt? Hm, weil sie AD da ist, deswegen vielleicht, keine Ahnung Ich hab definitiv den letzten Hit drauf gemacht Ja auch egal Hahaha Alter, Alter Boah, danke Ja Ah Uh Oh, flasht die sich raus, Alter Ja Oh, diese Diversion, die hat mich eben grad ganz schön Ganz schön zerrissen Oh, war gestunt Ja Na komm Komm Gut, 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 gut Dass er den Tower tankt, das weiß er aber ja Weiß ich nicht Ahhhh Ich sterb Hahaha He Euer Team hat einen Turm zerstört So bin ich mit dem Unterwegs Ob er nicht in der da Und von O Ich прот Direktor Ich bin dafür In der Mitte Ich bin dafür Wirklich Ich bin dafür Ich bin dafür Ja Ich bin dafür 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 Das ist aber auch ein paar Sachen. Ja, das macht böse, böse, böse aber. Wollten die jetzt sie nicht klauen, weil sonst hätte ich jetzt sie geflasht. Oh oh! Ich bin tot! Na wie sieht aus? Ich bin grad gesturmen. Ne, genau. Ach, da konnte ich irgendwie saufen. Ich bin grad gesturmen. Ich bin grad gesturmen. Was machen die denn da? Oh, was macht der denn? Oh, was macht der denn da mit, Alter? Halleluja. Ach, danke. Schön. Ich wollte dann nicht schneller da gehen. Ich hab gerechnet, ich krieg ihn schneller. Ah ja. Ich hab jetzt... Das ist schon. Ich schaff das. Das ist ja das! Nein! Du bist dahin. Ich hab jetzt nicht mehr verraten. Ich hab jetzt das GPS-Sort gemacht. Ich hab jetzt nicht mehr verraten. Das war's für heute. Aua Aua Der macht ja böse Aua mittlerweile Bäh, ich war nicht mal in der Nähe von denen Bitter schön Hm Was macht denn die ja da immer? Ja, aber du hast alleine da Weg, 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 mal Hilfe! Ich hatte Ulti, ich konnte nicht weg Dings hatte Ulti auf mich gemacht Ups, Ulti, Ulti Achso, hab jetzt, ja, warte Äh, da Da, schön alles in einem mal durch Ah, schön Ah, schade Der war jetzt nicht mehr zu halten Wollen wir den auch machen können, ja? Nein Nein Ging zwar killtechnisch fast um das doppelte vorne Aber das muss ich nicht sehen Oh, ich bin fast down Ja, die üble Version, die macht auch Schaden Oh, ich hab da Ulti wieder Ich brauch viel Ich brauchst ein Schild Du brauchst ein Schild Muss reichen Haha Was macht denn der da? Alles richtig Aua Aua Kann ich rein Ulti? Einfach rein halten da unten Aua Warum nehmt ihr denn nicht mein Schild an? Die blöde Pute Oh mein Gott, bin ich schlecht Oh mein Gott Oh mein Nein Gut Lass mal drauf das Ganze Oh, ach Na okay Wann müssen wir jetzt mal mehr Cutter 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 braucht Ulti Von dir Ja, hatte ich ja gerade verbraucht gehabt Ich weiß Deswegen wartet Cutter ja wahrscheinlich auch nochmal drauf Sehr schön Ich liebe es, wenn ein Packer zu mir geht Ach du Packer, ich muss gleich los Kicken kaufen Ich liebe es, wenn ein Packer zu mir geht Gut Gut Ich bin schon fast DOWN, Alter So, kann ich irgendwo rein ultieren? Nö. Nö, das ist so weit weg. Zack, schön, ich hatte auch getroffen. Ich habe in 6 Sekunden Ulti wieder ready. Ich habe hier so einen bösen... Genau, ich bin da. Vielleicht ist da noch einer. Ich weiß nicht, ob wir nicht extra, dass die Ashe da mal was macht, ne? Ja. GG? Ne, kein GG. Oh, Katja, kommt als erstes. Denise. Ulti machen wir mal da einfach rein, ne? Schön getroffen, würde ich sagen. Ach nee, echt jetzt? Unterwegs! Was kannst du denn eigentlich? Huh! Ich weiß nicht. Was ist das jetzt? Doll, mit deinem Stun geflasht. Ja! So, wir haben Ulti. Wer will, wer will, wer hat noch nichts. Zack! Ja! Dabei habe ich mich noch rausgeflasht. Ei, 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 ei. Das war ein bisschen blöd von mir. Komm schon! Geht so nicht! Alistar ist da unten, Alistar ist da unten, helft dem Alistar. Ja, ich kann! Ich guck mal mein Life an! Ja, dann haut doch einfach die Ulti rein! Ähm... Ja, muss auch gehen dann, ja. Ja! Das war's mit dem Tower. Ja! Ja! Dieses Kot war nur ganz ehrlich. so schnell wird es das kopf nicht machen macht wenn sie aber um rente nieder einmal rein ohne mit man Mann! Loll! Mein Geist! Schön! Ist nervös, ja. Ah, Glück gehabt. Kata ist fast down. Ach, mach ich jetzt gleich. Boah, GG. Ja, hier, der muss tanken. Muss aber auch nicht. Doch, shit. Ja. Ey, nicht, ne? Die kriegen alle, die kriegen alle einen Report von mir, ja.